Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser neuen Ausgabe, zu dieser neuen Folge vom Erfolgsoffensive Podcast, diesmal mit diesem klangvollen Titel Verdienst du, was du wert bist? Diese Folge handelt in erster Linie vom Thema Selbstwertgefühl, Selbstvertrauen und natürlich auch der finanziellen Anerkennung, die wir bekommen im Leben und die direkt mit unserem Selbstwertgefühl gekoppelt ist. Ich erzähle dir eine ganz kurze Story dazu, die ist mir vorgestern passiert. Es gibt in meinem Ort, in dem ich wohne, gibt es so einen kleinen Hähnchenstand, so einen Wagen, der kommt bei uns aus der Region und der verkauft dort Hähnchen und Pommes und so weiter und so fort und diese Hähnchen, die kommen direkt aus mehr oder weniger eigener Zucht, also das heißt keine Massentierhaltung und so weiter, sondern wirklich gute Ware, saubere Ware. Und einmal in der Woche verkauft er bei uns im Ort diese wirklich sehr, sehr leckeren Hähnchen, die auch deutlich anders schmecken als das, was man sonst so bekommt. Also das heißt, dieser Mann liefert eine wirklich sehr, sehr gute Ware, es ist ein tolles Produkt, es schmeckt super, er ist ein super netter Typ, es ist lustig mit ihm, er hat immer wieder einen guten Spruch auf den Lippen, also ist eine Marke der Typ. Und vorgestern, ich bin nicht so oft bei ihm, aber so einmal im Monat ungefähr, dann hole ich mir da auch so ein Hähnchen und vorgestern fahre ich bei ihm vorbei und hole mir so ein Hähnchen. Und ich gehe zu seinem Stand und an diesem Stand war ein großes, ein riesiges Schild angebracht. Und auf diesem Schild stand, ab 1. April haben wir neue Preise. Hähnchen, jetzt 8,60 Euro. Die kosteten davor 8 Euro, das heißt, er geht um 60 Cent hoch. So, Hähnchen, jetzt 8,60 Euro. Und jetzt kam der Satz, der drunter stand, in Großbuchstaben, doppelt so groß, also Schriftgröße 40, wir bitten um ihr Verständnis, Rufezeichen. Da musste ich schon kurz schlucken, dass ich mit ihm nicht in eine Diskussion gekommen bin, um ihn zu fragen, hey Alter, sag mal, warum entschuldigst du dich denn eigentlich für deinen Preis? Warum entschuldigst du dich denn jetzt, bevor du den Preis verlangst, schon dafür, dass du jetzt mehr verlangst? Und das ist so eine wunderbare symbolische Geschichte, für das, wie es uns ganz, ganz oft ja auch geht. Und ich kenne das so stark von mir selber. Und deswegen habe ich mir auch gedacht, muss ich eine Podcast-Folge dazu machen, weil ja, man spricht ja oftmals über die Themen, die einen selber auch betreffen. Ich kenne das auch von mir selber. Ich habe bis heute auch teilweise eine innere kleine Blockade noch dagegen. Also es ist schon 95 Prozent besser, aber es ist trotzdem noch ein bisschen da, dass ich manchmal auch auf einer Bühne, wenn ich bin und so weiter, ein Problem habe, wenn ich den Leuten dann erzähle, was meine Seminare kosten. Und das ist so ein Bullshit, weil die Frage ist doch nicht, was du verlangst. Die Frage ist doch, was du bietest. Schau, woran bewertest du, was deine Dienstleistung wert ist? Also ganz gleich, ob du jetzt ein Angestellter bist oder ob du selbstständig bist oder Unternehmer bist. Ganz gleich, ob du Produkte verkaufst oder Dienstleistung, Service-Dienstleistung. Ganz egal. Aber woran bewertest du, was diese Dienstleistung oder dieses Produkt wert ist? Und jetzt kann man sagen, ja gut, es gibt ja Vergleichsprodukte. Es gibt ja andere, die machen vielleicht was ähnliches. Also was weiß ich, wenn jetzt jemand Kosmetiker ist, dann weiß man, eine Kosmetikbehandlung kostet so und so viel. Oder wenn ich jetzt ein Auto verkaufe, kostet ein vergleichbarer Auto so und so viel. Oder wenn ich jetzt ein Coach bin, dann weiß man ungefähr, was ist der durchschnittliche Honorarsatz für einen Coach. Also das heißt, es gibt einen marktüblichen Preis. Und jetzt frage ich dich ganz ehrlich, bist du wirklich jemand, der sich von anderen seinen Wert vorschreiben lässt? Denn ganz ehrlich, dein Preis sollte das widerspiegeln, was du wert bist. Was bist du wert und was ist auch deine Zeit wert? Und wir haben das irgendwann mal gelernt, dass wir unseren Preis und somit den Wert unserer Leistung in Messgrößen definieren, wie zum Beispiel, was Markt und Branchen üblich ist. Also was irgendeiner mal festgelegt hat. Oder in Zeit zum Beispiel. Also das heißt, eine Arbeitsstunde wird dann abgerechnet mit 30, 50, 70, 100, 150 Euro, je nachdem. Und das Interessante ist, je nachdem in welcher Branche man ist, wird es unterschiedlich abgerechnet. Das heißt, eine Stunde hat keinen Wert. Also eine Stunde hat keinen festen Wert. Wenn ich jetzt frage, eine Putzfrau, was bekommt eine Putzfrau eine Putzhilfe in der Stunde? Dann liegen wir in einem Bereich von 10 Euro, 12 Euro, 50, vielleicht 14 Euro maximal in Großstädten. Wenn ich jetzt zu einem Steuerberater gehe, dann liegt eine Stunde hier zwischen 50 und 80 Euro im Durchschnitt. Wenn ich jetzt zu einem Coach gehe, dann liegt eine Stunde im Wert von 80 bis 120 Euro im Durchschnitt in Deutschland. So hat jede Branche ihren Stundensatz mehr oder weniger, der marktüblich ist. Du merkst schon, der Wert ist extrem unterschiedlich. Und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Es gibt Steuerberater, die verlangen für eine 4-Stunden-Beratung 4.000 Euro. Das ist ein Stundensatz von 1.000 Euro. Es gibt Leute im Coaching, zum Beispiel mich, die halten sich nicht an diesen marktüblichen Stundensatz von 80 bis 120 Euro. Ich habe irgendwann mal entschieden, vor einigen Jahren, dass meine Stunde 250 dann irgendwann 300, 400, 500 Euro gekostet hat. Heute gebe ich gar keine Coachings mehr. Aber ich habe das jahrelang gemacht, dass ich 4-Stunden-Coaching-Pakete verkauft habe, immer für 2.000 bis 2.500 Euro. Und die Nachfrage war hoch. Und die Buchungen auch. Das heißt, hier ist auf einmal ein ganz anderer Wert. Wer entscheidet das? Also, wo ich dich erstens mal dafür sensibilisieren will in diesem Podcast ist, überleg dir mal, von wem du dir deinen Wert vorschreiben lässt. Denn wenn du nicht das verdienst, was du wert bist, dann liegt es daran wahrscheinlich, dass entweder der Wert deiner Leistung tatsächlich nicht hoch genug ist. Das heißt, dass du vielleicht tatsächlich zu wenig Wert und Nutzen bietest. Denn das ist der entscheidende Punkt. Es geht nicht darum, was kostet eine Stunde. Solange du dich in Zeit berechnest und deinen Wert in Zeit berechnest, bist du immer in der Opferposition. Weil was hat denn eine Stunde für einen Wert? Bewerte oder berechne deinen Wert nicht an der Zeit, sondern an dem Nutzen, den du bietest. Schau, wenn ich von einem Unternehmen gebucht werde, dann buchen die mich für einen Vortrag von 60, manchmal 75, manchmal 90 Minuten. Und es kostet immer gleich viel, egal, ob ich dort ein Seminar mache von 4 Stunden oder ob ich eine Stunde spreche und der Preis liegt bei roundabout 6.000 Euro. Ich mache das ungefähr 100 bis 120 Mal im Jahr. Und das seit zehn Jahren. So, das ist eine wunderbare Geschichte. Und jetzt kannst du sagen, ja, das ist ja krank. 6.000 Euro für eine Stunde. Ist es das denn wert? Ja, es ist es wert. Warum? Erstens, weil ich etwas biete, was erstens ganz, ganz viele Menschen brauchen. Das heißt, ich kann etwas, ich kann etwas vermitteln, ich kann Gefühle vermitteln, ich kann Erkenntnisse vermitteln, ich kann Wissen vermitteln, das ganz, ganz, ganz wertvoll und wichtig ist für viele Menschen. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, wie ich meinen Wert erhöht habe. Ich kann etwas, was wenige Menschen können. In meinem Fall, ich kann tatsächlich sehr gut sprechen. Und wenn ich das miteinander kombiniere, eine außergewöhnliche Fähigkeit, das heißt, auf einer Bühne eine besondere Performance zu bringen. Das heißt nicht, dass ich schlau bin, sondern das bedeutet, dass ich gut performen kann. Das heißt, dass ich Geschichten gut erzählen kann, dass ich Emotionen wecken kann. Und dann auch noch inhaltlich etwas bringe, was möglichst viele brauchen. Wenn du also eine besondere Fähigkeit von dir mit einem Bedürfnis, das Menschen haben, in Kombination setzt, wenn du es miteinander kombinierst, dann lieferst du einen absolut außergewöhnlichen Nutzen, der selten ist, weil es nicht so viele können und somit einen extrem hohen Wert. Und somit kann ich Vorträge für 6.000 Euro anbieten. Deswegen konnte ich früher Coachings für 500 Euro in der Stunde anbieten. Nicht, weil ich so viel schlauer bin, nicht, weil andere schlechter sind, sondern weil ich es besser verkaufen kann. Das heißt, wenn du deinen Wert erhöhen möchtest oder wenn du nicht das verdienst, was du wert bist, liegt es daran, dass du entweder tatsächlich zu wenig Wert lieferst, dass der Wert deiner Leistung also nicht hoch genug ist oder auch daran, dass du diesen Wert nicht richtig einforderst und dass du das nicht richtig verkaufst. Schau mal, es gibt zum Beispiel viele hervorragende Lehrer, die dann für ihre 3.000, 4.000 Euro im Monat oder vielleicht mal 5.000 Euro im Monat ganz normal ihrem Job nachgehen und einen tollen Job an der Schule machen. Wunderbar. Das sind gebildete Menschen, alles gut. Dort gibt es aber festgeschriebene Systeme, was dort eine Lehrerstunde bzw. ein Lehrertag, einen Monat, was das wert ist. Das wird dir von außen vorgeschrieben durch das System. Ich kenne Menschen, die Lehrer sind, die Pädagogen sind und die irgendwann gesagt haben, ich mache jetzt mein eigenes Ding und vermittle Menschen, wie sie besser und mit mehr Freude lernen können. Das heißt, sie erzählen in vielen Dingen zum Beispiel auch was Ähnliches. Sie geben dann teilweise sogar das in ganz spezifischen Bereichen, zum Beispiel beim Sprachenlernen weiter oder bei Mathematik oder was auch immer. Aber sie vermitteln die Freude am Lernen. Das heißt, sie vermitteln einen ganz besonderen Nutzen, den erstens ganz, ganz viele Menschen brauchen. Es gibt ein riesiges Defizit im Markt, dass Menschen, gerade auch junge Menschen, Freude haben dabei zu lernen und sich motivieren können zu lernen. Das ist ein riesiges Bedürfnis im Markt. Also viele Menschen brauchen es und nur wenige Menschen können es vermitteln, weil es in der Ausbildung für einen Lehrer nicht vermittelt wird in der Schule. Und weil somit auch oftmals Menschen sich da selber nicht weiterbilden. Manchmal haben diese Menschen auch vielleicht diese Fähigkeit nicht. Aber wenn du diese Fähigkeit besitzt und das verkaufst, das zeigst und das in den Markt wirfst, dann kannst du ganz einen anderen Wert verlangen, weil du einen anderen Nutzen lieferst. Und ich kenne Menschen, die waren früher Lehrer für ihre knapp 4.000 Euro, das verdienen die jetzt am Tag, weil die einen ganz anderen Wert liefern. Und um nochmal zurückzukommen auf meinen Hähnchenverkäufer, denk nochmal drüber nach. Der erhöht seinen Preis um 8% und bittet um Verständnis. Das ist die komplette Unfreiheit. Das heißt, du brauchst das Verständnis von anderen dafür. Du bittest darum, du entschuldigst dich dafür, dass du jetzt mehr haben möchtest. Wenn du einen außergewöhnlichen Nutzen lieferst, dann brauchst du dich nicht entschuldigen, sondern sind Menschen dir dankbar. Und woher kommt diese Haltung, dass wir ein schlechtes Gefühl haben, wenn wir mehr Geld verlangen wollen? Das kommt durch unsere Erziehung und Konditionierung, weil wir das Gefühl haben, dass wir anderen dann was wegnehmen, was uns nicht zusteht. Und weißt du, wo das herkommt? Weil wir zu wenig, und jetzt sind wir am entscheidenden Punkt, weil wir zu wenig Selbstwertgefühl haben. Denn ich kenne Leute auch, die sind auch teilweise schon bei meinen Seminaren mal gewesen, die bieten eine außergewöhnlich tolle Dienstleistung oder haben ein ganz großartiges Produkt. Ich kenne Menschen, die arbeiten auch in Unternehmen, zum Beispiel Direktvertriebsunternehmen, Network-Marketing-Unternehmen oder auch sonstigen Unternehmen, die verkaufen tolle Produkte. Diese Produkte sind qualitativ top. Und sie stiften einen ganz hohen Nutzen. Zum Beispiel verbessern sie die Gesundheit oder 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 oder. Das heißt, die haben ein tolles Produkt. Und es gibt auch einen ganz hohen Bedarf dafür im Markt. Das heißt, Menschen brauchen dieses Produkt. Und trotzdem haben diese Personen teilweise Probleme, ihren Wert durchzusetzen und dafür das entsprechende Geld zu verlangen, weil sie sich selbst nicht genug wert sind. Das heißt, das Produkt oder die Dienstleistung wäre den Menschen eigentlich genug wert. Die wären bereit, das zu zahlen, aber es wird gar nicht zu diesem Preis angeboten, weil der Anbieter das Selbstwertproblem hat. Das heißt, er hat selber ein schlechtes Gefühl dabei, mehr zu verlangen, weil er sich selbst an dieser Stelle begrenzt. Das ist wieder, ich habe das in einem anderen Podcast früher schon mal besprochen, das Bonsai-Prinzip. Es ist praktisch, wenn du dir so einen Bonsai-Baum vorstellst, der draußen in der Natur ja 10, 15 Meter groß werden kann. Wenn du den in eine kleine Schale stellst, dann wird dieser Bonsai-Baum eben bloß vielleicht 30 Zentimeter oder 50 Zentimeter oder vielleicht sogar bloß 20 Zentimeter groß. Je nachdem, wie groß die Schale ist, so groß wird auch der Bonsai. Und das ist diese innere Grenze, die wir da praktisch haben, dieses mentale, finanzielle Thermostat, das wir haben, wo wir uns selbst nicht wert sind, auch wenn es das wert wäre. Und daran kann man arbeiten. Wie gesagt, ich erzähle dir diese Geschichte hier jetzt, weil es auch tatsächlich mein Thema ist. Und auch ich kann noch einiges an diesem Punkt für mich verbessern und erarbeiten. Denn auch ich merke immer wieder mal an der einen oder anderen Stelle, dass es mir manchmal schwerfällt, dann ja, den Preis von etwas auch zu sorgen. Und das ist nicht, weil es das nicht wert ist, weil jeder, der in meine Seminare kommt, Steffen, du könntest das Fünffache davon verlangen und wir würden wiederkommen, weil es ist so gut, du hast so eine Over-Delivery, du gibst uns so viel mehr als das, was wir erwartet haben, das ist unglaublich. Also das heißt, es ist wert, es kommt an, es ist super, bloß ich selbst habe vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch das Thema, dass es an meine eigene Bonsai-Schale andockt, weil ich feststelle, wow, das ist echt ein Wert. Da muss ich mich selbst hinterfragen. Nicht ist meine Dienstleistung den Menschen das wert, sondern ist es mir denn das selbst wert? Bin ich mir das wert? Und das hatte ich früher dieses Problem, dass ich irgendwann, als ich Redner geworden bin, gesagt habe, wow, 3.000, 4.000 Euro, so habe ich damals angefangen, dann auch 3.000, 4.000 Euro für einen Vortrag zu verlangen. Bin ich mir denn das wert? Also bin ich selbst 3.000, 4.000 Euro in der Stunde wert? Das war ein Thema nur in mir. Und das ist etwas, was du an dieser Stelle verstehen darfst, ist, du verdienst das, was du wert bist bisher, was du dir selbst wert bist. Nicht, was dein Wert wäre, sondern du verdienst das, was du dir selbst wert bist. Die Zahl auf deiner Lohnabrechnung und auf dein Bankkonto spiegelt dein Selbstwertgefühl. Und deswegen, wenn du mehr Geld haben möchtest, wenn du mehr in die finanzielle Freiheit kommen willst, wenn du mehr verdienen möchtest auch, musst du dein Selbstwertgefühl auch erhöhen. Diesen Wert für die Menschen auch besser kommunizieren, vielleicht ein Stück weit, oder eben auch Mehrwert stiften. Wenn du darüber mehr wissen möchtest, wenn du da mehr lernen möchtest, dann lass uns gerne zusammenarbeiten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten an der Stelle. Eine Möglichkeit, und das ist die beste Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu kommen, mit meiner Arbeit in Kontakt zu kommen, mit mir zu arbeiten. Zwei Tage ist die Erfolgsoffensive. Das ist mein zweitägiges Einstiegsformat, wo wir ganz stark auch an diesem Thema Selbstwert arbeiten. Das heißt, hier kriegst du die Grundlage dafür, dass du dieses Thermostat, diese innere Grenze, dass du das sprengen kannst. Das heißt, dass du diese alte Bonsaischale wegwirfst und durch eine viel größere ersetzt, dass der Baum wieder wachsen kann. Vielleicht können wir dich sogar komplett draußen in der freien Natur gleich einpflanzen, dass du keine Limits mehr hast in deinem Kopf. Also, dass du diese innere Dimension praktisch sprengen kannst, die dich noch klein hält. Das passiert bei der Erfolgsoffensive. Es sind zwei Tage, ist ein hochemotionales Event mit vielen Menschen, wo du wirklich eine intensive Erfahrung machst. Das heißt, du bekommst dort auf der einen Seite das Wissen, wie du das machst, ganz konkrete Techniken und Strategien. Wir machen alle Techniken auch praktisch bei diesem Seminar, sodass du auch wirklich, und das ist der entscheidende Punkt, dass du dort ein Erlebnis, eine Erfahrung hast. Wissen alleine hilft irgendwann nicht mehr. Sondern du musst es erleben. Das mentale Thermostat, diese innere Dimension, diese Grenze des Selbstwertgefühls sprengt man nur durch neue Erfahrungen und am besten mit anderen Menschen zusammen. Das ist also die erste Möglichkeit, die ich dir wirklich ans Herz legen will. Informiere dich über die nächsten Termine auf unserer Webseite dazu, erfolgs-offensive.de. Wir haben jetzt in dem Jahr 2019 nochmal zwei Termine. Wir sind im Juli in München und im Oktober in Berlin. Also nutz diese Chance, um hier an deinem Selbstwertgefühl mit uns zu arbeiten. Die andere Möglichkeit, die es auch noch gibt, ist, wenn du das in Bezug auf deinen Beruf, auf eine eigene Selbstständigkeit, auf dein eigenes Business machen willst, dann gibt es hier ein Spezialformat. Das ist die Business Masterclass. Dort lernst du, wie du als Selbstständiger ganz andere Honorare erzielst, wie du eine Marke aufbaust, indem du wegkommst von diesem Angebotsmarketing, so nach dem Motto, das ist meine Dienstleistung, ich biete hier Massagen oder sonst irgendwas an oder dieses und jenes Produkt, sondern wie du dafür das Doppelte oder ein deutlich höheres Honorar verlangen kannst, indem die Leute aufhören, das Angebot zu kaufen, sondern den Anbieter, also dich, also wo du lernst, wie du eine Marke wirst, wie du dich als Marke auch inszenieren kannst, wie du somit deine Honorare deutlich erhöhen kannst und somit auch für einen ganz anderen Kundenstrom sorgen kannst, weil du endlich klar positioniert bist, weil du nicht mehr vergleichbar bist mit anderen, weil die Leute nicht mehr dein Angebot mit anderen Angeboten vergleichen, sondern weil sie wirklich zu dir kommen. Wenn Menschen zu meinen Seminaren kommen, kommen sie nicht zu einer Motivations- und Erfolgsseminar, sondern sie kommen zu Steffen Kirchner, weil Steffen Kirchner ist eine Marke. Robbie Williams ist eine Marke. Da komme ich nicht zu einem Sänger, da höre ich mir nicht Musik an, weil wenn ich Musik anhören wollen würde, dann könnte ich mir auch die CD von Robbie Williams kaufen und da ist sie vielleicht sogar noch besser, weil sie da perfekt im Studio abgemischt ist. Um das geht es nicht. Es geht nicht um das Produkt. Es geht um den Produktanbieter. Also da gibt es von mir ein Spezialseminar, das heißt Business Masterclass zwei Tage in einer kleinen Gruppe, sehr intensiv für alle, die sich selbstständig machen wollen oder schon selbstständig sind oder auch Unternehmer, Unternehmerinnen sind und hier deutlich finanziell erfolgreicher werden wollen. Schau auch hier auf die www.business-masterclass.eu, wichtig nicht .eu. Du findest aber auch die Links zur Erfolgsoffensiv und auch zur Business Masterclass unten einfach in den Shownotes oder in der Beschreibung, wenn du das auf YouTube hier jetzt anhörst. Einfach schauen, einfach draufklicken und informiere dich und lass uns gemeinsam arbeiten, denn meine Erfahrung ist, also sowas zumindest bei mir, mein Selbstwertgefühl zu erhöhen, habe ich für mich alleine nicht geschafft. Dafür brauchte ich Unterstützung. Wichtig für dich jetzt als To-Do. Erstens steigere den Wert deiner Leistung, indem du dir klar machst, was ist das, was die Menschen draußen wirklich brauchen, was ist der perfekte Nutzen für die Menschen. Wenn du dann, wenn du den Wert deiner Leistung optimiert hast, dann kommuniziere diesen Wert besser. Lerne verkaufen, lerne Marketing. Wenn du es nicht kannst, komm zur Business Masterclass. Und drittens vor allem steigere dein Selbstwertgefühl. Und damit würde ich auf alle Fälle auch mit anfangen. Da würde ich auf alle Fälle was machen, weil es hilft nichts, auch zu wissen, was die Leute wollen und das beste Produkt zu haben. Wenn es keiner weiß und wenn du vor allem es selbst nicht spürst, dass du wahnsinnig gut bist und dass du es wert bist, etwas anderes zu verlangen, dann wird es auch keiner bezahlen und dann wirst du es wahrscheinlich gar nicht anbieten oder dich wie mein Hähnchenmann eben dann entschuldigen für den Preis. Wir bitten um ihr Verständnis. Okay, ich wünsche dir viel Erfolg dabei und freue mich auf deine Rückmeldungen zu dieser Folge. Gerne bei YouTube als Kommentar, gerne als Mail und wenn dir die Folge gefallen hat, wenn sie eine gute Inspiration für dich war, freue ich mich vor allem über eine Fünf-Sterne-Bewertung, die du mir jetzt bei iTunes gibst. Einfach kurz den Podcast bewerten, dauert ein paar Sekunden und gerne natürlich auch eine Rezension schreiben. Es ist Wahnsinn, was ihr da immer alles schreibt. Wir haben schon hunderte mittlerweile von Rezensionen und Sterne-Bewertungen. Also vielen, vielen Dank dafür und falls du es noch nicht gemacht hast, wäre ich dir jetzt sehr dankbar, wenn du das nachholen magst. Liebe Grüße und bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Stephen Kirchner.